Ihr habt mit dem Klettern angefangen, habt Ausrüstung gekauft und fragt euch jetzt, warum wir eigentlich nicht einfach Karabiner als Zwischensicherungen nehmen. Oder fragt ihr euch vielleicht, wieso diese Kack-Express-Schlingen manchmal so verdammt mühselig zu klippen sind? Kein Problem. Darauf und noch viele weitere Punkte zum Thema Express-Schlingen gehe ich heute ein im Klettern-Grundlagenkurs. Heute schauen wir uns diese Dinger einmal genauer an. Denn wir brauchen sie beim Klettern in allen Fällen und ständig. Denn jede Zwischensicherung, die wir beim Klettern finden, muss mit einer Express-Schlinge versehen werden, um bestmöglich genutzt zu werden. Aber warum eigentlich? Express-Schlingen sind das Mittel der Wahl schon seit einigen Jahrzehnten. Davor wurden für Zwischensicherungen handelsübliche Karabiner genutzt. Von der Idee her wurde das Material also eigentlich mehr und nicht weniger. Die Vorteile überwiegen aber trotzdem. Zwei große Punkte darf man nämlich bei der Nutzung von Karabinern als Zwischensicherung nicht vergessen. Karabiner sind relativ klein. Soll heißen, dass das Seil immer genau da verläuft, wo der Karabiner eben hängt. Der zweite Punkt ist, dass der Karabiner als ein Punkt betrachtet werden kann. Und diese beiden Dinge sind wichtig. Würde man ein Seil in einen Karabiner allein klippen, dann würden Zwischensicherungen Zugbelastungen in alle möglichen Richtungen erhalten. Das kann vor allem bei mobilen Sicherungsmitteln, die so gelegt wurden, dass sie nur nach unten funktionieren, zu einem Problem werden. Da man sich im Zweifelsfall die eigene Sicherung ja quasi wieder aus dem Riss holt. Der andere Punkt ist aber beim Sport und Plaisierklettern eigentlich viel wichtiger. Die Seilreibung. Ein Seil verläuft durch jede einzelne Zwischensicherung. Bohrhaken können aber nicht immer überall platziert werden, da der Untergrund gewisse Bedingungen erfüllen muss, um für einen Bohrhaken und die Sicherung über selbigen letztlich auch zu funktionieren. So entsteht bei vielen Routen, vor allem im alpineren Gelände, oftmals ein Hin und Her, wenn es um das Platzieren der Bohrhaken geht. Klippt man lediglich einen Karabiner, entsteht ein Zickzackmuster, welches dann zur Seilreibung führt. Die Seilreibung sorgt dann wiederum dafür, dass das Seil als Kletterer gefühlt immer schwerer und schwerer wird, bis es einen tatsächlich so sehr blockiert, dass man gar nicht mehr weiterklettern kann. Das kann man mit Expressschlingen gut verhindern. Deshalb gibt es übrigens auch unterschiedlich lange Expressschlingen. Je länger eine Expressschlinge ist, umso weiter kann sie sich im Kreis bewegen. Denn im Prinzip deckt eine Expressschlinge ja einen Kreis ab, welcher mit der Länge der Expressschlinge als Radius dargestellt werden könnte. Jedes Mal aber 120 cm Expressschlingen zu klippen, das macht in der Praxis eigentlich auch keinen wirklichen Sinn und ist nur unnötig kompliziert. Daher gibt es für Sportklettern standardmäßig etwas kürzere Expressschlingen, so wie die hier, damit die Seilreibung verbessert, aber die Ausrüstung trotzdem übersichtlich und kompakt bleibt. Haben wir also den Sinn und die Länge der Expressschlingen, kurz Echsen, schon mal geklärt? Schauen wir uns also noch die Karabiner an. Das sind immer Schnappkarabiner. Manche Echsen sehen bei den Karabinen komplett gleich aus. Andere haben unterschiedliche Schnapper oder Formen. Unterschiedliche Schnapper bieten entsprechende Vorteile. So gibt es für den Schnapper, in den das Seil kommt, oftmals ein sogenanntes Wiregate, zu deutsch Drahtschnapper. Der Drahtschnapper spart Gewicht und reduziert das Risiko, dass er sich im Sturzfall oder anderweitig selbst öffnet. Manchmal sind die Karabiner für das Seil etwas gebogen. Das erleichtert das Einklippen des Seils in den Karabiner. Mit der richtigen Technik ist aber auch ein nicht besonders gebogener Karabiner für das Einklippen überhaupt kein Problem zu klippen. Aber das zeige ich euch gleich noch. Aber selbst wenn die Schnappkarabiner einer Echse vollkommen ident aussehen und funktionieren, gibt es dennoch eine richtige und eine falsche Methode, eine klassische Echse zu klippen. Denn wichtig ist immer, dass immer der gleiche Schnapper in den Bohrhaken geklippt wird und immer der gleiche Schnapper für das Klippen des Seils verwendet wird. Wenn ihr eine Zeit lang klettert, dann werdet ihr nämlich teils scharfkantige oder alte Zwischensicherungen finden und die hinterlassen ihre Spuren am Karabiner. Das führt dazu, dass teilweise Kerben und Narben im Karabiner entstehen, die wiederum sind sehr schlecht für den Mantel des Seils. Und so können damit Beschädigungen oder im blödesten Fall sogar Zerstörungen des Seilmantels entstehen. Daher ist es sehr wichtig, dass ein Karabiner in der Echse auch eine fixe Rolle übernimmt und nicht wild hin und her getauscht wird. Dabei helfen aber dankbarerweise Hersteller von Echsen mit einem kleinen Trick. Selbst wenn man keine Unterschiede bei den Schnappern erkennen kann, erkennt man das an der Schlinge, denn diese verbindet ja die beiden Schnapper miteinander. Am Ende einer Schlinge wird diese verengt und versteift, damit der Karabiner sehr fest in der Schlinge sitzt. Am anderen Ende ist die Schlaufe größer und locker, sodass sich der andere Karabiner darin frei bewegen kann. Der Grund für diesen Aufbau ist, dass man so leichter aus schlechten Positionen das Seil trotzdem einfach klippen kann und die Expresse nach dem Klippen in dem Bohrhaken immer noch gut unter Kontrolle hat. Trotzdem ist ein netter Nebeneffekt, dass hiermit auch das System vorgegeben wird, wie geklippt wird. Der Teil der Expressschlinge, der lose ist, der kommt immer in die Zwischensicherung, also in den Normalhaken, Bohrhaken oder Klebehaken. Der Teil der Echse, der fest ist, ist für das Seil vorgesehen. Somit hat man die Vorteile der Schlinge und die Klarheit über die Karabiner. Und weil wir schon beim Thema Schlinge sind, hier gibt es ebenfalls Unterschiede festzustellen, die es wert sind, darüber zu reden. Zwei Materialien kommen bei Expressschlingen zum Einsatz. Polyamid und Dynima. Polyamid ist relativ günstig und ein etwas breiterer, dickerer Stoff an der Echse. Das hat den Vorteil, dass man mehr Echsen fürs gleiche Geld kriegt und dass sie im Handling manchmal etwas einfacher zu greifen sind als die Dynima-Schlinge. Dynima ist dafür aber ein Stück leichter und zierlich, dafür aber auch ein Stück teurer und ziemlich flexibel. Dynima-Schlingen sind also im Handling dem Polyamid-Schlingen unterlegen. Andere Eigenschaften der beiden Materialien sind für unsere Zwischensicherungen aber eigentlich zweitrangig. Nun schauen wir uns noch an, wie man Expressschlingen am besten und vor allen Dingen effizient aus jeder Position klippen kann. Klippt ihr mit der linken Hand eine Expresse, bei der der Schnapper nach rechts zeigt, nehmt ihr das Seil mit Zeigefinger und Daumen in die Hand und legt euren Mittelfinger auf die Unterkante des Schnappkarabiners. Mit dem Mittelfinger fixiert ihr nun die Expresse in ihrer Position. Danach könnt ihr mit dem Daumen und dem Zeigefinger das Seil problemlos einklippen und mit dem Ringfinger im Zweifelsfall noch die Expresse etwas besser an ihrer Position fixieren. Wollt ihr eine Expresse, die nach links zeigt, mit der linken Hand klippen, dann bildet ihr erstmal eine flache Hand. Hierbei bildet sich eine Ecke zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger. Diese Ecke ist perfekt für das Seil. Im Zweifelsfall könnt ihr mit dem Zeigefinger das Seil hier auch noch etwas fixieren. Danach greift ihr mit dem Daumen um die Expresse herum. Währenddessen bleibt das Seil weiterhin in dieser kleinen Kuhle. Dann drückt ihr einfach nur noch mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger das Seil hinein und drückt dabei mit dem Daumen dagegen, um einen Widerstand zu bilden. Natürlich funktionieren diese Techniken auch perfekt spiegelverkehrt, also auch mit der anderen Hand. Bei dieser Technik bildet ihr zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger ein L. In genau diese Kuhle kommt nun das Seil hinein. Danach umgreift ihr den kompletten Schnappkarabiner, in den das Seil hinein soll und drückt dann mittels dem Daumen das Seil in den Karabiner. Bei dieser Methode funktioniert es genauso, wie wenn man auf den Karabiner draufgreift, nur greifen wir nun von hinten in den Karabiner, da wir diesmal mit der anderen Hand klippen wollen. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, gibt es sowohl bei den Schlingen als auch bei den Karabinern die Möglichkeit Gewicht zu sparen. Denimer ist leichter als Polyamid, kleinere Schnappkarabiner mit Drahtschnapper leichter als große normale Schnapper. Vergleicht man mal wieder die beiden Extremen, dann kommt man bei den leichtesten Echsen auf gerade mal gerundet 50 Gramm und bei den schwereren Echsen auf gerundet 110 Gramm, heißt 60 Gramm Unterschied pro Echse. Bei beispielsweise 8 Echsen schon ein halbes Kilo mehr. Die einen Expressen wiegen zwar das Doppelte, aber sie kosten oftmals dafür nur die Hälfte. Insofern ist das auch eine Frage des Budgets, dass man da rein investieren will. Bleibt also die Frage, wie viele Expressen und welche sind eigentlich fürs Klettern sinnvoll. Pauschale Antworten kann man da eigentlich nicht wirklich geben, aber meine Tipps für die unterschiedlichen Disziplinen. Für das Sportklettern sollte man sich vorrangig auf kurze Expressen und vielleicht noch mittellange konzentrieren. 10 bis 12 Stück kurze, also um die 12 Zentimeter und vielleicht 2, 3 lange mit 16 bis 20 Zentimeter. Viel mehr als 14 Expressen sind fürs Sportklettern eher selten notwendig. Für das Mehrseillängenklettern sollte man den Bestand, gerade was lange und auch verlängerbare Expressen betrifft, definitiv aufstocken. Jedenfalls sollte man fürs Mehrseillängenklettern zumindest 4 bis 6 lange und 2 bis 4 verlängerbare Schlingen haben. Und wenn man in ganz alpine Routen einsteigt, dann dürfen es von den verlängerbaren und auch den langen nochmal deutlich mehr sein. Die verlängerbaren kann man sich übrigens auch ganz einfach selber bauen und damit in der Masse auch Geld sparen. Welche und wie viele Echsen ihr letztlich für euch wirklich braucht, das hängt natürlich auch immer von eurem Einsatzgebiet und auch von eurem Gebiet ab, da in dem ihr klettert. In Sportklettergebieten wie in Ako sind 14 Expressschlingen nicht viel. In Teilen von Tio Nordtirol sind 14 Expressschlingen deutlich mehr als notwendig. Deshalb sollte man sich seine Route oder Tour am besten immer zuvor gut ansehen. Denn dann weiß man genau, worauf man sich einlässt und wie viel Material auch Sinn macht. Gerade bei Alpintouren sollte man sich auch die Topo ansehen. Denn wenn eine Route viele Kurven und Quergänge innerhalb von Seillängen hat, lohnt es sich das zu wissen, um dann viele verlängerbare Expressschlingen letztlich auch mitnehmen zu können. In diesem Sinne seid ihr jetzt über alles zum Thema Expressschlingen aufgeklärt und auch wie man sie benutzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freut es mir natürlich immer, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Super, Route saniert, mit Vorhaken der Marke Eigenbau. Du kannst ein kleines Original nehmen, das ist genauso sinnlos. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch.